Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Rettig von Remax Eco in Gensandorf. Ich melde mich heute aus dem sonnigen Auerstal mit einer ganz besonderen Attraktion. Wir sind gerade dabei, bewegte Luftbilder zu erstellen, die es den Interessenten und auch den Käufern ermöglichen sollen, einfach, schnell und bequem sich einen Überblick über den derzeitigen Baufortschritt zu machen. Viel Spaß beim Ansehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020